Arfitus Activities Beach Hopping Wir bringen euch zu fünf verschiedenen Stränden auf der Cassandra es geht von 11 Uhr bis 15 Uhr dem Preis in Begriffen ist Benzin eine Musikbox was zum Trinken entweder Mira oder Janni als Captain natürlich hat das Boot auch Schatten und mal eine andere Weise die Cassandra zu entdecken ich hoffe wir sehen uns im Hafen oder für weitere Informationen einfach melden über Whatsapp, Telefon im Laden Rauchzeichen irgendwie findet ihr uns oder für die eine Musikbox Untertitelung des ZDF, 2020